Des Weiteren haben wir die Auto Ordnance Tommy Gun wieder in unserem Programm aufgenommen. Sie ist wieder verfügbar. Das ist die 16,5 Zoll Variante mit Kompensator und Ripplauf, Vordergriff und wird ausgeliefert mit einer Trommel mit 10 Schussmagazin. Kann aber auch eine 50 Schuss Trommel, eine 100 Schuss Trommel dazu gekauft werden. Eine Nussbauchschäftung ist verfügbar, genauso wie eine komplett schwarze Schäftung. Verfügt über die allseits beliebte Leimenvisierung und den auf der Oberseite befindlichen Ladehebel.